Yo liebe Leute, wiederkommen zurück zu Resident Evil 6, ich bin auch noch der Agent, der namenlose Agent, Aua, und Vic ist die Hader, die einfach vor sich hinspielt, egal ob ich dabei bin oder nicht. Alter, was war das? Hä? Da, da ist irgendwas. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Was sind das für Viecher, die da drin hocken? Unsichtbare Fliegenfliegen. Ja. Aua. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin ja angegriffen. Ey, die fressen mich auf. Ja, mich auch. Ich bin gleich tot. Ich kann dir auch nicht helfen. Alter, was ist das für ein Schiff? Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Jetzt ist es weg. Hä? Ne, doch nicht, jetzt ist es da hinten. Wir müssen hier hoch. Da, wo du bist irgendwo hoch. Keine Ahnung. Ich bin da oben. Boah. Ach, du bist da oben. Da bin ich jetzt tot. Aber das ist, glaube ich, egal. Warte, ich versuche, so weiterzukommen, wie es geht. Vielleicht kriege ich mich dann wieder mitgezogen. Genau. Hier führe mir mehr als ein Handabdruck notwendig sein. Ja, ich lebe noch zu halb. Ich komme vor allem hier gar nicht hoch. Wie soll ich denn hier hochkommen? Ja, immer noch eklig. Hä? Ich raf's gerade ehrlich gesagt echt nicht. Ich bin gerade am Tauchen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh hier ist. Ja, irgendwas Unsichtbares, was sehr hässlich ist, ne? Ja, ein bisschen. Aber ich komme halt ja auch nicht weg. Das ist das Problem. Okay. Abtauchen. Dann geht alles gut. Okay. Strom ist da. Mal sehen, wie viel Überzeugungskraft nötig ist. Ich habe fast das Gefühl, dass sie irgendwie die Kampagne nicht ausgereift haben. Das ist doch schwul, ganz ehrlich. Alter. Vor allem diese Scheißviele kommen ja... ...und entgegen. Jetzt bist du wieder da, obwohl du fast gestorben wärst, ne? Ja. Schön. Jetzt werden wir gerade alle, alle beide ein bisschen gepistet. ...und entgegen. Oh, danke. Da müssen wir jetzt hin. Danke, Mann. Hab uns mal geheilt. Ja, komm mal herunter. Tauchen müssen wir. Ich lieg schon wieder. Nein, ich komme nicht mehr hoch. Alter, die fressen mich. Doch, ich bin... hä? Jetzt brauche ich mal dein erste Hilfespray. Ja, unser Wasser macht dir das schlecht. Da hast du wahrscheinlich recht. Ich häng ja fest. Ja, ich muss ja nur durchkommen. Ja, genau. Du bist doch eh nur zu tier, der da. Das ist wohl leider warm. Auch schon wieder so ein scheiß Mist. Oh, nein! Ich verstehe auch den Zusammenhang gerade nicht zwischen denen und... Ne, ich bin ja völlig falsch. Ich weiß auch nicht, wo ich hier hin muss. Hier muss man langen. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Hier rein. Genau. In's Wasser, oder was? Ja. Na dann. Wenn die das so sagen, dann machen wir das natürlich so. Kein Thema. Das ist definitiv ne komische Kampage. Kampage. Das ist also ne Kampage. Oh, ich hab dir die Tür eingetreten. Also das... Geht das halt und jetzt kann ich hier rein. Oh, und rauf da. Juhuuu. Bis gleich da. I'm white behind. Oh, jetzt ist sie feucht. Guck mal wie sie glänzt. Ich seh nicht. Hä? Na jetzt glänzt sie nicht mehr. Ach, schade. Ich geh mal raus. Okay. Der Strom ist da. Hier ist der Strom. Gitchi, kannst du mich mal heilen? Ach, keiner will nichts machen. Ich hab keinen Spray, also... Okay, wo du das Spray hast? Ist das eine Störung, oder was ist das jetzt? Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Ich weiß nicht wo wir hin müssen. Ich weiß nicht wo wir hin müssen. Diversierung unter Verheil. Tschüss, Super. Hä? Vor sechs Monaten experimentierten sie in Edonia an Menschen. Es war auf Simmons Befehl, aber sie folgten ihm willentlich. Wir sinken! Wie wollen sie ihre Verbrechen sühnen? Nette Geschichte. Aber werfen wir einen Blick auf die Fakten. Ich arbeite nicht für Simmons. Ich habe nichts zu tun. Ich halte die Komme zum Lai. Ich weiß alles über Sie, Miss Wong. Alles. Ich weiß, wonach Sie sich sehnen. Ja, hier aus dem Kino rauszukommen. Ja, okay, stimmt. Ja? Was musst du denn jetzt machen? Darüber kann man das, oder was? Wenn Sie mich so genau kennen, wissen Sie das doch? Globales Chaos? Da habe ich ganz andere Worte. Aber das würde Simmons quälen. Also liegt es gar nicht so fern. Autorisierung erfolgreich. Jetzt zur letzten Frage. Sind Sie bereit? Wir müssen, glaube ich, hier durchhalten. Ja, wir müssen einfach mal die Fragen beantworten. Einen Moment. Jetzt bin ich dran. Oh, nee. Ich habe es gesehen, ja. Autorisierung erfolgreich. Aber ich weiß nicht, wie man die... Meine letzte Frage. Ich habe es verbrannt. Ach, du Schein. Und die Königin getötet. Du musst die Königin töten. Alles, was sich mir in den Weg stellt. Und der Virus macht das immer wieder. Okay, wo ist sie? Die Antwort gefällt mir. Ja, die kommt dann. Identifikation abgeschlossen. Simmons erwartet Sie. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Autorisierung abgeschlossen. Entregnung startet. Gut, dass das mal woher muss ich hin. Wir müssen immer nach da oben hin. Entkommen Sie. Ach, hier oben. Schieß mal nach oben. Ja, das ist ganz gut, ja. Irgendetwas gefunden. Eine sechs Monate alte Aufnahme. Dann hat sich die Reise ja gelohnt. Was denn? Sie wissen immer noch nicht, was los ist. Ich erkläre es Ihnen. Morgen trifft ein Bioterrorangriff die Vereinigten Staaten. Danach wird China. Und große Städte auf der ganzen Welt dasselbe Schicksale eilen. Durch die Hand von Niu Umbrellas. Ada Wong. Ah. Sie gehört gar nicht dazu. Die interessiert das, glaube ich, nicht. Wenn Sie glauben, dass ich für Sie den Sündenbock spiele, Simmons. Haben Sie sich geschnitten? Ist die jetzt in dem Torpedo oder was? Ja, ist sie. Nein, wir haben sie geschnitten. Ja, wir haben sie geschnitten. Ja, wir haben sie geschnitten. Ende des Kapitels 1 Gott sei Dank ist die Scheiß vorbei, vielleicht wird's jetzt ein bisschen besser Hoffentlich, ja Ich muss sagen, das hat mich jetzt nicht so geflasht Nee, das war ganz schön Da waren die anderen Kampagnen bestimmt besser, also die erste war schon gut mit Leon Das stimmt Ich hab das Gefühl, die ist irgendwie total unausgereift hier, die Kampagne Die ist halt, glaub ich, überhaupt nicht auf dem Coop ausgerichtet Nee Habt ihr ja gut gemerkt, ich kann ja nicht mehr Türen öffnen Nee, du warst einfach nur Ziere Ja Bisschen nervig Naja gut, ich hab jetzt hier nichts mehr zu... Drück, escape, escape Machen wir einfach mal weiter in der Haufen, dass das besser wird Kann ja nur besser werden Definitiv Es muss Ja, das Spiel hat uns noch nicht enttäuscht, also ich denke mal, das war jetzt Ein Level, das ist heißer Ja Da ist die Kathedrale Jetzt muss ich nur noch ihr Labor finden, Simmons Die Stadt Ich bin hinter dir Hallo Ich muss das untersuchen Ist schon ein bisschen Fell, kannst du so rumlaufen und so abstotzen Leon Sie Sie hängen also auch mit drin, hoffentlich sind sie vorbereitet Ich Oh ja, hier gibt's hin... äh ja doch, hier gibt's noch Kissen Fässer meine ich Oh Mit Muni Weißt du, was ich allerdings für, ähm, gerade an Bedenken habe Für Bedenken habe Hm Das irgendwie, dadurch, dass wir die Kampagne jetzt als zweites spielen, ähm, die zweite und die dritte Kampagne irgendwie schon verraten wird so ein bisschen Weißt du, weil das, was da geschieht, klärt sich jetzt auf, das ist ein bisschen schwul vielleicht Bisschen doof Aber das hilft ja nichts, wir können sonst nicht weitermachen und das ist auch doof Ja, scheiß Capcom Fail von Capcom, nicht von uns Boah, ich hab 216 Schuss für die Butzi Echt, Alter Äh, äh, ich nehm ja Dini, ja Ziemlich rostig, das Schloss Ah, das heißt Du brauchst deine Schlüsse Achso, okay Das könnte noch nützlich werden Hä? Jetzt kommt irgendwas Was ist denn das? Ha, da fallen sie runter Ihr müsst bald endlich achten Süß Okay Du läufst durch die Tür Echt? Bei mir nicht Und dann bist du wieder hinter mir Was für ein Fail, das ist echt Wie traut? Ich hab nur rotes gekriegt Dann gib mir das rote, dann kombiniere ich Ich kann's dir ja nicht geben Was ist jetzt los? Oh, ich hab zweimal grün Ah Juhuuu Ach, egal was ich mache Ich bin einfach so hinter dir Das geht nicht Das geht nicht Man braucht etwas Bestimmtes, um sie zu öffnen Ja, was denn? Ich brauch zwei Teile, ich hab nur eins Ja, genau Ja Ah, toll Hier sind Tonne, also So Fässer Also ich klinge wie so'n Asthmatiker Also ich klinge wie so'n Asthmatiker Haha Ein Koks auf Ja, weiß ich nicht Ein Asthmatiker auf Koks So klinge ich gerade Ey, gibt's doch nichts Ja doch, zwei Kisten waren's Und das war's Ja, aber du brauchst nur noch zwei Teile Und da kann man ja nicht weiter Ja Das sind wir wieder runter? Meinst du beim unten was vergessen? Nö, ich komm nicht mehr runter Kann nicht sein Nicht? Ne, stimmt Hä? Haha Vor allem wird ja auch absolut nichts angezeigt Nur der Pfeil Aber es steht nichts da Ja, nur das geht nicht, sagt sie Haha Haha Jetzt, hä? Das könnte funktionieren Ach so Aber wo ist der Rest davon? Ah Vorher hat er gesagt, das geht nicht Jetzt geht's auf, okay Weißt du, vorher Vorher war's Vorher war's Geht nicht Jetzt geht's oder wie? Das ist schon ein bisschen, naja Hey Wuh! Alter! Mich übelst umgenockt Ausgenockt Abgenockt I'm sorry Abgenockt Das machen die Zombies Die nagen dich ab Das bin ich nicht Oh ja Nein, noch nicht Wenn du Hunger hast dann vielleicht Man weiß es ja nie Siehst du irgendwas? Nö Was hängt denn hier? Wo? Hier hängt eine Leiche Na, hier hängt überall irgendwo Was rum Ach ne, hier müssen wir lang Kannst du an dem Hebel da was machen? Wo ist denn hier ein Hebel? Da unten? Hier ist ein Hebel Hä? Was da? Ah! Ah! Hä? Ja Ja Dann müssen wir doch erstmal hoch und oben was machen Keine Ahnung Finden sie die fehlenden Teile Kiste! Moni Moni So, wie komm ich da jetzt drüber? Hä? Du hast schon aufgemacht und sie sagt wie komm ich Du hast nen Schlüssel? Äh, das ist jetzt nur ein Schlüssel oder wie? Ja, ein Schlüssel Oh, Alter, ich hau dich um irgendwann Das kostet, das hat dich doch nicht weh getan, oder? Nee, aber das ist trotzdem sehr demütig Da ist einer, warte Ja, hau ihn um Was fühlst du an das? Hä? Hä? Der Fall ist durch Hä? Der Fall ist durch Na toll So, wa- Und was soll der Rotz, Kollege? Keine Ahnung Boah Schönes Leifer Feiler, ich kann keine Ahnung Toll Ey, ich hab's auch gekriegt, schön Na endlich mal was Jaaa, ich kann mitmachen, juhuuu So, bevor wir das Rätsel lösen Bevor wir da runter springen Mach mal so ein Päuschen und wir sehen uns beim nächsten Mal Okay, bis zum nächsten Mal Auf rein, Leute Also, auf rein, tschüss Unreifen Äh, der Schaaf Sein, ich habe die Möge